So, moin Leute. Sieht lustig aus, ist es auch. Ja, hier ist heute die Decke runtergekommen in einem der Zimmer, was später Kinderzimmer wird. Und man hört schon, ich stehe hier, das Blöchel teilweise im Schott. Das ist eine alte Strohdecke gewesen. Und mehr Fläche als das hier war das gar nicht. Natürlich habe ich mit Atemschutz gearbeitet. Irgendwas war da drin, was ein bisschen wieder fest aussah, aber nur kleine Stöckchen. Aber ich habe das Ding hier, die Kommandamaske zu bestellen über meinen Fanshop. Nee, Quatsch. Aber das musste hier runter, weil es da oben durchgelegt hat. Ja, man sieht halt auch, dass da die Konterleitung ein bisschen angegriffen ist. Weil die muss auch erneuert werden, mindestens. Das größte Problem ist, ich hatte an und für sich vor, den Innenausbau hier neu zu machen. Und dachte, ich kann halt alles so runternehmen. Ich habe jetzt, glaube ich, gut eine Stunde für das kleine Stücke gebraucht. Und die Schräge. Ja, der Trempel nicht. Der Trempel ist aus Kaksandstein gemauert. Aber die Schräge hier, von da oben bis da unten, wird höchstwahrscheinlich auch aus Stroh bestehen. Aber wenn ich mal da oben gucke, dann ist das Stroh. Und ich wollte hier oben eigentlich alles noch mal neu ausbauen, ne? Das ist dann schon eine. Das ist dann Fläche, was ich noch vor mir habe. Ich muss mal gucken. Hier haben wir auch Strohdecke. Überall. Müssen wir mal gucken. Oder ich muss das mit Konterlattung abnehmen. Weil von der Konterlattung zu reißen, das Zeug ist einfach höllisch. Oh, jetzt knall ich's. Oh. Ich muss aber noch ein bisschen gucken. Also ganz ohne Mundschutz mag ich da noch nicht rein. Jetzt, wenn ich den Schutt weg habe. Was ich gesagt habe, das kleine Stückchen. Ja, habe ich auch erst mal gepackt in den Beutel zugeschnürt, sodass keiner mehr angauen kann. Ja, müssen wir mal gucken, was war das. Ich hoffe natürlich, keiner ist das. Ja, gestern Abend habe ich mal ganz kurz gescheamed. Ich glaube, in 20 Jahren. kann ich aber auch keinem verdenken. Ja, ist ja in letzter Zeit so selten geworden. Ja, aber wer sich's angucken will, kann das natürlich auf Twitch sich noch mal anschauen. Es ist gespeichert. Kleines Spiel Helles Other Demons. Ganz spaßig. Macht Spaß. Kann man sich mal gönnen. Kostet glaube ich 8 Euro. Ist in Ordnung. Hat man ein bisschen Spielspaß für. Ich werde jetzt hier erstmal noch weitermachen und den Schutt beseitigen. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Kleines Update mal wieder. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.